Und in der Ecke, in der roten Ecke, den Mann haben Sie in der Garten, das ist der Ex-Weltmeister, Sven Otke. Herzlich Willkommen in den Kopfer. 3-2 und Wunder 1, Rund 1. Auf die Stabilat! Sehr schön, der war klasse. 1-2, 2, 3. 1-3, 1, 2, 3. 1-3, 1, 2, 3. 1-3, 2, 3. 1-2, 3. 1-3, 2, 3. Gehen Sie bitte, 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 bitte. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. 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 Halt sie doch! Weg! Weg! Ja! Ja! Komm! 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 Ein auf die Jota! Ja! Nimm frei! Ja! 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 Du! Да? É a intenção! É a intenção! Os Europeis contaminados sobre a 좋다 Europa Halt mich, 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 halt mich Mr. Beizor! ... von Schörnnen Stopped the Fight in round 6 ... after 2 Minutes and 1 Second ... and Winner by Knockout ... and new WBC-Racer-Pacific-Champion, der Light Heavyweight Revision, aus der Türkei, Serdar Kaffee!